So wie man sieht befinde ich mich jetzt hier auf einem Autofriedhof also so ist es zumindest eingespeichert worden. Im Moment sieht es noch nicht so viel versprechend aus. Bis auf dieses Auto haben wir noch nichts weiter gefunden. So hier habe ich so Unterlagen gefunden in so einem Gang. Also wenn das Jahreszahlen sind, dann ist das dann doch schon ganz schön alt. Aber wenn ich die Autos sehe die draußen stehen, scheint es tatsächlich schon sehr sehr lange leer zu stehen hier. Ich muss mich entschuldigen über das Licht. Ich habe meine Lampe im Auto vergessen. Das sehe ich jetzt mehr hinter. Ich muss sagen ich habe hier noch mehr Nummern gefunden. Ich sage jetzt mal Nummern, weil ich weiß nicht genau ob das Jahreszahlen sind. Ich gehe stark davon aus 19 noch was. Ach du Scheiße. Die Tür kriegt man wahrscheinlich auch gar nicht mehr auf hier. Das hat ja keinen Sinn. In dem Raum gibt es auch wahrscheinlich nichts zu sehen außer dem Bild, wie man sieht. Und da buddel ich jetzt nicht drüber rum auf jeden Fall. So wertisch nach, woher ich hin auf mir. Ja diese Scheißhaus ist nicht richtig geil, oder? Und jetzt hören Sie mal. Da kannst du auch die Türen nicht abschließen, ne? Hier die Pissrinne. Das muss ja ein richtig großes Objekt gewesen sein. Also mit ganz vielen Lippenarbeitern. Also wir sind jetzt mal in diese Halle reingegangen. Das größere hier ist es doch etwas vielversprechend. Aber jetzt ärgere ich mich, dass ich meine Taschenlamme mitgenommen habe. Jetzt habe ich alles rausgeholt, was die Kamera hergibt. Mit Handylicht. Jetzt bin ich schon an den ersten Gegenstand dran getreten. Ja, das kann kommen. Hier ist doch noch so Hauptsicherung eigentlich. Also hier ein Motor. Verbunden mit einem zweiten Motor. Das sieht nach einem Stromumsetzer aus. Genau weiß ich aber nicht wofür. Eventuell für Schweißgeräte. Aber ich weiß nicht warum die dann hier im Keller sind. Hier nochmal dasselbe. Nur dass anscheinend jemanden der Riemen nicht gefallen haben. Batterie. Also was das ist? Kein Plan. Entweder ist es ein Ladeschaltregler oder so. So richtig ist es auch nicht erkennbar was das da hier ist. Davon liegen hier etliche rum. Okay, das hier sieht dann also eindeutig nach einem Batterieraum aus. Und da sieht man noch ein paar Behälter, wo dann die Bleiplatten drin waren. So hier ist dann also so ein Ersatzteillager. Das geht auch eine ganze Weile lang. Vorne ist zum Glück Simon. Also hier gibt es so Schaltkulisse und Tanks, Lenkgetriebe. Ein Krimmer für ein, keine Ahnung, 3 oder 6 Zylinder. Hier steht auch noch Fiesta drauf. Das sieht auch an, das ist ein Bremskraftverstärker. Okay. Noch einer. Wasserbehälter. Ähm, das ist ein Scheibenmischer. Noch mehr Scheibenmischer, also Scheibenmischergestänge. So. So, wenn ich jetzt eine Handfeier hätte, könnte ich noch schön drauf zeigen. Also hier diese Dinger gehen nämlich gerne fest. Und weil da irgendein Schlauberger Stahl und Alu gemischt hat. Das ist natürlich überhaupt nicht geht. Ähm, so. Hier geht es ja auch noch weiter. Noch mal ein Tank. Ach du Scheiße. So, hier der Raum ist leer. Mal was Neues. So, hier sehe ich dann, hier ist so ein Raum mit etlichen Duschen. Aber warum hier so viele sind, ist bis jetzt noch nicht ganz klar. Das hier wirklich nur eine Autowerkstatt war. Und jetzt muss ich auch noch zurücklaufen. Das sind hier etliche Stromisolatoren. Oh. Hier könnte es doch spannend sein. So genau. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Oh nein, das sieht man nicht. Sowas, das weiß ich nicht, aber ich weiß nicht. Also man sieht bestimmt, wie das hier so glitzert ist. Das sieht aus wie ein Antriebsmotor von irgendwas. Ich kann es echt nicht sagen. So, das Highlight ist natürlich hier erstmal. Lauter alte Autos. Auch schon teilweise ausgeschlossen. Hier hängen schon etliche Teile so. Türen. Das geht noch bis hinter. Aber das ist ein Ford. Ich hätte es fast gedacht, das ist so einer aus dem Bud Spencer Film. Und der hat keine Brezel hinten drin. Also ist er noch nicht so alt. Oder was heißt noch nicht so alt? Das ist natürlich uralt. Aber auf die ganz einfachen Rücklichter hat er schon anständige Blinker. Er hat keine Seitenblinker. Aber manche hatten dann hier den Seitenblinker. Also den Blinker. Irgendwann ist das dann hier oben drauf gelandet. Stimmt. So. Hier noch mehr solche Autos. Oh, was ist denn das für eine Putze? Ist sehr niedlich. Hier diese Mickey Mausmotoren. Aber man ist überall herangekommen zum Reparieren. Die Dinger sind alle so alt, ich kenne die Modelle nicht. Aber ich sehe nur gerade, der hier fällt auseinander. Und der hat einen Dreizylinder. Naja, aber so, die Entwicklung geht ja bei den Autos, also bei den heutigen Autos, wie man sieht, auch zurück. Sie sehen alle gleich aus. Motoren werden wieder kleiner. Taugen weniger. Das ist ein schönes Ding. Ich frage mich, ob das ein Taunus ist. Warum hängen wir hier eigentlich nicht so viele Teile? Sollten die hier lackiert werden? Oder? Ja. So, hier sind leider sicher Gummis. Wie man sieht, wurden die Fenster früher mit Gummi einfach rein. Konnte man sie schön tauschen, jetzt werden sie ja festgeklebt. So, hier hinter diesen Autos ist noch ein Raum, bzw. noch mal ein Lager. Hier habe ich sogar ein bisschen Rückenlicht. Ja, hier sind noch mehr so Maschinenteile eigentlich so. Schrauben mit Sicherung. Da steht hier irgendwas drauf. Na gut, das kann man jetzt nicht lesen. Ja. 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 Ich würde mich mal interessieren, was da passiert ist. Hier. Das sieht bald aus wie so eine Zahnradpumpe. die angetrieben wird über, ja über eine zweite Kardanwelle wahrscheinlich. Ja hier sieht man noch ein paar Sachen. Aber diese Kardanwelle, ich möchte mich jetzt aber nicht unter das Auto legen. Da sieht man noch ein bisschen was davon. Es gibt hier noch den oberen Teil der Halle, in den man aber leider nicht reinkommt. Hat Thomas gesagt. Wir haben also keine Möglichkeit gefunden in den oberen Teil zu kommen. Deswegen bedanke ich mich jetzt fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.